willkommen zur letzten folge in dieser kleinen session minecraft jetzt sinds der kneterwarzen auch gleich mal unten rein diese seht ja schon sehr gut aus ja 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 Oh, das ist gut. Oh, leck mich. Okay, Angriff. Also, mit etwas Glück... Näh, ein Stick wird noch nicht reichen, aber... ...hunterhalb... ...müssten genügen. So, kommt jetzt Bettchen erst mal. Und dann machen wir jetzt weiter mit den Anpassungen. So, eine Schippe haben wir. Zink. So, ein Leitern, Zink. So, ein Leitern, Zink. Ist das eine Lücke oder nicht? Da sieht man gerade so scheiße, ich glaube nicht. Okay, dann haben wir den Gang. Ready? Ich glaube, hier war noch... Ja, genau. No, ja. So, ein Leitern. Alright, wir haben noch mehr Zeit. Wir haben doch schon wieder einen Rippenfluss zu machen. Waires sind jetzt wieder ein Leitern. Da ist es auch noch ein Leitern im Sichtbar. Jetzt sind die Rippenfluss. So, das wir hier. Wir werden dort, weil wir die Rippenfluss ansehen. Wir haben nur noch als Koffergut. Noch nicht weiter. Björgut hier. Wenn Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Wenn Sie sehen, sehen Sie nicht mehr. So, ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwo noch ein Gang... Nicht die Over, hier finden Sie auch die Fenster. Okay, also einmal Fenster fehlen definitiv noch. Und hier können wir... Die Fackel wieder so hinsetzen... Ups. Okay. Ich würde tatsächlich gern, muss ich zugehen, mit... ...das fertig machen mit den Neterwarzen. Ja, so viel ist es nicht mehr. Anders jetzt, bis man mal so'n Neuner-Stack fertig hat, ist auch Weihnachten. Okay. 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 Ich meine, hier oben könnten wir noch ein bisschen... ...undher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1 2 3 6 9 12 15 16 17 18 19 21 22 23 da können wir noch ein stack machen dann können wir auch draußen wieder ein paar blöcke noch sitzen oder in der man die normalen etab blöcke geklaut hat und dann geht es hier in der nächsten session wieder weiter spitze bedanke mich ist dann